Hallöchen, hier ist wieder euer Doktor und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, wir sind hier wieder in Springfield am Weiterbauen an unseren Hafen und heute kommt wieder ein neues Gebäude, aber wir gucken uns erstmal noch MyTattooLaden an, denn eigentlich heißt der ja MyFirstTattoo, da habe ich jetzt auch hier die Schrift noch hingeschrieben, das habe ich ja in der letzten Folge nicht mehr geschafft, weil da irgendwie so ein Bug war in der Welt, aber das hat sich aufgehoben, als sich die Welt neu gestartet hat. Ja, MyFirstTattooLaden habe ich jetzt eingerichtet, gucken wir uns an, ist nach meinem eigenen Stil eingerichtet, also ich habe mich nicht nach den Folgen der Simpsons gerichtet, weil es auch gar nicht geht, weil es einfach nicht vorkam, wie es in der drin aussieht. Trotz alledem blende ich dir nochmal die Folge ein, kannst du dir im Internet rausgucken, nochmal angucken, da sind alle Gebäude eigentlich auch gezeigt, die wir hier bauen werden und ja, ich habe die hier eigentlich schon mehrmals eingeblendet, immer bei Folgen, aber ich weiß ja immer nicht, welchen Teil man guckt und daher blende ich dir ein, kannst du angucken, dann bist du mal top informiert, was noch alles hier kommt, aber bevor wir überhaupt heute zum Neuen kommen, gucken wir uns erstmal noch hier unser First, also MyFirstTattooLaden an. Ja, ich habe ihn eingerichtet, so ein bisschen kleinen Schlieke, ist doch eigentlich relativ, ja finde ich eigentlich super, ja, ich erkläre mal kurz hier, was das sein soll, also hier an den Wänden habe ich so ein paar Gegenstandsrahmen reingemacht, weil ich finde so, das könnten ja so Tattoo-Muster sein, die man sich hier stechen lässt, in Minecraft kann, weiß ich, ein paar Köpfe, ein Schwert, eine Uhr, vielleicht auch ein Brot, kann man sich hier stechen lassen, einfach so ein paar Motive an der Wand. Ja, dann haben wir hier noch so, ich würde mal sagen, das ist so eine Tätowierliege, wo man sich dann draufsetzt, draufliegt, um sich sein Tattoo stechen zu lassen. Hier ist dann noch so ein kleiner, ja, Wagen, wo denn das ganze Equipment draufliegt, zum Tätowieren, ne, dann kannst du hier gleich so zack, 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 den Tattoo stechen lassen. Ja, hier ist noch eine Kasse, so ein offener Laden, ne, dann kann man sich hier hinsetzen, warten, falls so einer sich ein Tattoo stechen lässt, oder auch nicht, oder, naja. Ja, jedenfalls, ein bisschen schnieker eingerichtet, noch ein bisschen so kombiniert draußen mit dem Boden von Pi, habe ich hier drin auch verwendet, ein bisschen Teppich noch hingepackt, und dann hebt sich das alles doch schon sehr ab. Ja, super, so, dann würde ich sagen, legen wir los heute mit einem neuen Gebäude, und zwar bauen wir heute das, äh, Bloaster, das Bloaster, das ist ein, äh, Götterspeisenladen. Und, ich weiß nicht, ob man da nur Götterspeise kriegt, da hat man eigentlich recht wenig erfahren, ist auch diese Folge, die ich hier von eingeblendet habe. Ähm, ja, kriegt man Götterspeise, äh, Homer und March waren da, haben in der Folge da auch ein bisschen was probiert, und mehr sind sie eigentlich auch auf den Laden nicht eingegangen. Auch das Innenleben von Laden kann man nicht, äh, hat man, also hat man nicht gesehen, da muss ich mir auch wieder was ausdenken, wie das Ganze aussehen könnte, aber das alles sehen wir dann wieder im nächsten Teil. So, aber ich würde sagen, wir legen los, holen erstmal unser Blogmatik raus, ist alles recht übersichtlich für diese Folge heute, und da holen wir uns ganz einfach mal, ja, würde ich mal sagen, Stein raus, gefolgt von heller, blauer, äh, Keramik. Dann holen wir uns noch Götterspeises Glas, verwende aber da immer dein Lieblingsglas, ich verwende den einfach mal so, versuche mal so einen bläulichen Ton zu nehmen. Dann nehmen wir noch, äh, blauer Beton oder blauer Zement, dennoch Steinstufen, denn eine Eisentür brauchen wir, noch eine Steindruckplatte und Ziegelblöck. Wenn wir das ganze Blogmatik haben, geht's los. Da würde man sagen, nehmen wir erstmal die, ja, Stein und hellblauer Keramik. Wir setzen erstmal einen Stein, und dann nehmen wir hellblauer Keramik und setzen einfach in eine Richtung, dennoch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Zementblöcke dahinter. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, gehen wir hinten ran und ziehen jetzt nochmal so eine gerade Reihe weg. Da setzen wir dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay, 14 Blöcke ran, und ab dem 14 Block gehen wir nochmal nach vorne und setzen jetzt hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs weitere Zementblöcke ran. Insgesamt haben wir ja sieben. So, ganz vorne denn hier wieder ein Steinblock. Dann sollte sich das Ganze hier vorne abschneiden, so auf einer Ebene. Super. So, wir bleiben jetzt hier auf der linken Seite, setzen da noch zwei weitere Zementblöcke ran, denn ein Steinblock einfreilassen, Steinblock, und dann den Rest hier einfach mit Zement zuziehen. Super. So, weiter geht's jetzt mit dem Stein. Wir setzen auf den Stein jeweils nochmal drei weitere Steine rauf. Zack, zack, zack. Das machen wir hier überall. Überall drei weitere Steine raufsetzen. Sehr schön. So, weiter geht's dann mit dem, ja, mit der Keramik oder, ach, Zement oder Keramik. Naja, ist ja das Gleiche. Ja, damit geht's weiter. Und zwar lassen wir jetzt die Vorderansicht, das wäre jetzt die hier mit dem Stein, lassen wir komplett in Ruhe, aber die restlichen drei Seiten hier hinten, die ziehen wir auch auf die gleiche Höhe, wie jetzt der Stein ist. Also auf drei einfach alles hier hochziehen. Super. So, wenn wir das Ganze haben, dann geht's weiter mit unseren Glasscheiben. Die müssen wir jetzt einmal, wie ich mal sagen, erstmal hier komplett einmal platzieren. Uh, bis oben hin. So, wenn wir das geschafft haben, die Glasscheiben da zu platzieren, machen wir das Gleichspiel auch nochmal hier auf der, äh, auf dieser Seite. Ja, machen wir einmal zu. Super. So, kommen wir jetzt hier vorne zu unserem Eingang. Da setzen wir einmal ganz oben eine Glasscheibe ran. Darunter dann einfach ein Steinblock. Sehr schön. Nun setzen wir eine Eisentür so nach innen gesetzt rein, dass wir jetzt zwischen den zwei Steinblöcken noch eine Druckplatte setzen können. Super. Zack. Und hier drin bauen wir auch nochmal eine Druckplatte. Wie man sich das Ganze dann einrichtet, das zieht sich dann, wie gesagt, in der nächsten Folge, wie ich denn so mir hier eine Version reingebaut habe. Super. So, wenn wir dann soweit sind, nehmen wir wieder unsere, äh, ja, Keramik. Setzen jetzt auf der Vorderfront einfach eine weitere Schicht ran. Einfach rüberziehen. Super. An den Seiten hier gehen wir noch ein weiter rüber und ziehen das Ganze hier auch nach hinten weg. Hinten, äh, empfiehle ich da einfach mal gerade einfach mit zuzuziehen. Ob ich hinten jetzt noch, weil ich finde, wenn ich das jetzt ja mal kurz fertig gezogen habe, so, ähm, finde ich hinten das ja noch ein bisschen doof, dass es immer so glatt ist. Ist jetzt bei vielen Gebäuden so. Ich habe immer nicht, ich wollte eigentlich immer darauf achten, dass ich hinten noch vielleicht Fenster reinbaue, aber jetzt hier auch beim Tattoo-Laden habe ich einfach beim Einrichten nicht mehr daran gedacht, und dann blieb das hinten so glatt. Auch jetzt hier bei Malaria-Zone. Aber hier, damals habe ich noch darauf geachtet, dass man hinten noch Fenster reinbaut. Ich werde mal jetzt darauf achten, wir bauen uns am Götterspeise-Laden, dass ich da hinten auch mal Fenster reinmache. Dann würde sich das Ganze, es wäre jetzt nicht so glatt, ne, dann hebt sich das noch vielleicht ein bisschen ab, kann man ja ein bisschen im Detail noch reinbauen. Ja, aber das sehen wir dann alles erst, wenn man es auch macht. Boah, kann man dazu noch nichts sagen. So, okay, weiter geht es dann erstmal mit den Steinstufen. Die werden jetzt in unserem Dach verarbeitet. Die platzieren wir einmal hier oben hin und können das Ganze hier einfach gerade einmal alles zuziehen. Super, so, wenn wir dann das Dach einmal ausgebildet haben mit unseren Stufen, geht es nun weiter mit Zielblöcken. Und zwar kann man das Gebäude etwas, ja, ein bisschen älter aussehen lassen, denn auch in der Spiele-App-Version, die habe ich dir ja noch gar nicht gezeigt, muss ich auch nochmal machen, kurz mal einblenden, und zack. Ja, siehst du, dass an den Seiten ja auch ein bisschen so Zielgesteine sind und die kann man einfach noch so ein bisschen darstellen. Man sollte den vielleicht nicht übertreiben, aber so ein bisschen kann man ja hier einige darstellen. So ein paar halt. So, das macht man natürlich einmal auf der Seite, auf der Rückseite und auch noch auf der anderen Seite. So, ich bin fertig damit. Kleiner Tipp noch, wenn du hinten auf der Rückfront Zielgesteine machst, achte darauf, dass du die letzte Schicht halt nicht machst, weil das ist ja, sag ich mal, unser obere Rand und da kannst du ja schlecht, sag ich mal, da an Ziegelblock hinsetzen. Das sieht halt ein bisschen doof aus oben, also solltest du ganz oben die letzte Schicht keine Blöcke hinsetzen. Okay, wenn wir dann soweit sind, bleibt nur noch der blaue Zement übrig, den wir jetzt vorne noch verwenden werden, denn das wird ja, das wird ja, sag ich mal, unser Aushängeschild, da wo der Name drauf steht. Auf der Vorderfront schlagen wir dann einfach mal, wir gucken jetzt hier, wir haben ja hier dreimal unseren blauen, na wie heißt das, Keramik hier. So, nach drei Blöcken schlagen wir dann hier einfach einen weg, gehen auf die andere Seite und achten mal drauf, dass wir hier eins, zwei, drei, vier Blöcke haben und danach schlagen wir den fünften Block weg. So, den Rest kann man einfach hier wegschlagen, da müssen wir nicht zählen und das tauschen wir immer aus durch den Zement. Darauf setzen wir dann noch eine zweite Schicht, aber nur auf den Zement. Dann lassen wir an den Seiten jeweils einen Block frei, jetzt sind noch eine Schicht, dann lassen wir an den Seiten zwei Blöcke frei und setzen wieder eine Schicht. So sieht das Schild aus. Die fällt auf, wir haben ja auf der einen Seite drei und auf der anderen Seite vier. Ich wollte erst auf beiden Seiten gleich machen, dass das synchron ist, aber bei der Spiele-App-Version blinde ich dir nochmal ein, ist das Ganze auch so auf der einen Seite ein bisschen kürzer als auf der anderen Seite. Also das kommt mir jedenfalls so rüber, auch in der Folge des Simpsons habe ich da jetzt, also konnte ich nicht richtig was feststellen, da gab es nicht so ein richtiges Bild, wo man das wirklich genau sah, also richte ich mich jetzt einfach mal nach der Spiele-App-Version und nehme das einfach mal. Falls du das Ganze nicht so cool findest, kannst du ja wie gesagt ja einen einfach verkürzen halten, machst du einmal den Stein nach innen ein bisschen setzen. Okay, so, wenn wir dann soweit sind, können wir diese Blöcke einmal wegtun und gehen jetzt an die nächste Kiste ran, die müsste leer sein, nee, die ist noch voll. Haha, guck mal, da ist ja noch was drin. Ja, dann nehmen wir uns das noch, ne? Ach stimmt, jetzt weiß ich, wofür das ist. Ja, jetzt kommen Birkenholzstufen, holen wir uns raus, Holzdruckplatten, dennoch Bruchsteinmauer, Schienen, Steinknöpfe, Schilder brauchen wir, dennoch Birkentür, einen Spender, aber da kannst du auch hier einen anderen Block nehmen, du siehst gleich wofür, und Eichenzauern brauchen wir. So, wenn wir das ganze Blockmaterial haben, geht es weiter, und zwar, jetzt kommt so das ganze kleine Gedöns, was so draußen noch rumsteht. Wir fangen aber erstmal mit so ein paar Nebensächlichkeiten an, wie Bruchsteinmauer verwenden wir jetzt einfach mal hier auf der linken Seite hinten und machen hier einfach so ein kleines Regengrinnenrohr, irgendwie, dass es so runtergeht, kannst du bis zum Boden machen, und, ja, oder wir lassen es einfach mal so, nee, will man doch, einfach bis hinten so einfach runter. Okay, das ist so ein Regengrinnenrohr. danach kommen wir oben zum Dach, da sind noch so ein paar kleine Anlagen drauf, für die Belüftung oder sonstige Sachen. Geht mal von aus, die platzen wir einfach mal hier hinten, linke Ecke, einfach mal so ein bisschen drauf achten, hier einfach mal, mach ich die einfach mal hin, setzen wir die Spender so ein bisschen hin, ich finde halt, dass die Optik halt so ein bisschen cool dafür, mach das einfach nochmal daneben, so, vielleicht einen Block Stand, den Abstand lassen, zack, nochmal hin, und dann kannst du das Ganze entweder so lassen oder du machst darauf noch Schienen drauf, kann man machen als Dekoration oder halt Knöpfe und eine Schiene, wie man halt gerne möchte. Ja, super, dann sind wir damit auch fertig und kommen jetzt zur Vorderfront und da sind noch ein paar Tische und Stühle, dass die Gäste da auch sich hinsetzen können. Wie gesagt, ich richte mich sehr nach der Spiele-App und da waren die ganzen Sachen so genau vorne dran. Man kann natürlich auch ein bisschen Abstand halten, machen wir einfach mal hier, weil wir es ja können. Basteln wir uns ja einfach mal ein paar Tische mit Stühlen. Eigentlich relativ einfach, ne? Ich glaube, da muss man nicht viel mehr viel zu erklären. Und die kann man sich so ein bisschen vorne verteilen. So insgesamt würde ich drei sagen. Machen wir nochmal einen. so ein bisschen vorgespult, weil das Ganze hat doch schon ein bisschen aufgehalten, so ein paar Tische zu bauen. Ja, da kann man sich natürlich noch mehrere machen. Man kann die Tische natürlich auch noch in einer anderen Farbe machen. Vielleicht mache ich das auch so ein bisschen hell, ne? Naja, ich lasse ja erstmal. Im Original sind sie blau, aber leider kannst du ja in Minecraft keine blauen Stühle so in der Art basteln. Von daher lasse ich das erstmal so. Vielleicht nehme ich noch ein anderes Material. Wir haben ja verschiedene Holzmaterialien, um auch vielleicht andere Stühle und Tische noch hinzubauen. So, aber dann sind wir hiermit erstmal fertig und kommen jetzt zur zweiten Kiste. Denn da sind Banners drin, womit wir, sag ich mal, oben die Schrift drauf machen und dann holen wir uns auch noch Schilder raus. Aber wir hatten ja auch gerade Schilder verwendet, um uns oben dann noch die Schrift drauf zu bauen. Kleiner Tipp, falls du nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners bastelt, ich verlinke dir einfach mal ein Video in der Videobeschreibung, wo ich das ganze Alphabet mal kurz zeige, wie man die in Buchstaben craftet, falls du das ganze noch nicht weißt. So, aber ansonsten, wenn man, sag ich mal, das schon fertig hat, kann man hier einfach ganz gemütlich halt den Namen denn hier hinschreiben. Wir platzieren auch gleich noch Schilder, wo wir das draufschreiben. Bluaster, das heißt, wie gesagt, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Danach kommen wir noch zu Schildern, die wir noch platzieren werden. Da kommt natürlich Schrift drauf. Ich mache hier einfach mal einen kurzen Cut, mache die Schilder ran, beschrifte das alles und dann zeige ich dir das Ganze und dann kannst du das Video dir anhalten und das Ganze so übernehmen, wenn du möchtest. So, einmal alles draufgeschrieben, gucken wir uns das einmal kurz an. Wie gesagt, Bluaster ist halt das Einfachste mit den Banners danach. Kommt einfach darunter zwei Schilder mit Ätze und dann darunter einfach unser Hafen nochmal geschrieben. So, weil die Schrift nicht liestbar ist, blende ich das Ganze noch einmal ein. Das Gleiche, was man denn da oben schreibt, schreibt man noch einmal hier unten rauf. Das ist, ich weiß nicht, wie man das in Minecraft darstellen soll. Das ist am Glas dran, die Schrift. Ich habe da einfach mal zwei Banners so ein bisschen vorne ran gemacht. Leider schweben sie hier, sonst müsste man Blöcke nehmen in Minecraft. Ich finde Blöcke auch immer nicht so passend. Ich fand jetzt hier Glasscheiben besser, von daher schwebt die Schrift da einfach mal dran. Aber von vorne sieht das Ganze doch eigentlich da noch so in Ordnung aus. Man kann leider nicht so diese Version in klein, sage ich mal, an Glasscheiben ranheften. Finde ich schade. Müsste man noch machen können. Aber jedenfalls müsste man dann so das Ganze auch anschreiben. Hier habe ich so ein bisschen die Buchstaben auseinander, also die Wörter auseinander geschrieben. So jede Zeile ist dann halt ein Wort an sich. Jetzt ist es natürlich dann auseinander, so ein bisschen halt hingeschrieben. Ja, so und fertig ist der Laden. Wie gesagt, der sieht bestimmt ordentlich aus, wenn man ihn einrichtet. Hier hinten habe ich ein bisschen was kaputt gemacht, darüber nehmen wir gleich mal. Ja, ich glaube, hier werde ich auch wieder mit Tapeten arbeiten, das Ganze mir so ein bisschen dicker machen. Genug Platz ist ja hier drin, um so nichts zu was zu machen. Vielleicht auch noch eine andere Decke reinbauen. Naja, muss man mal gucken. So, aber jenseits sind wir heute wieder fertig mit unserem Laden. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge bauen für den Hafen und den, glaube ich mal sagen, stelle ich mich hier vorne hin, richte mir das Ganze ein und wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haut's rein und tschüss. sehr südlich.